Kaum ein Sachverhalt im Kontext der Corona-Pandemie, der nicht stittig diskutiert würde. Die nun angelaufenen Impfungen machen hier keine Ausnahme. So geht wieder ein Riss durch die Bevölkerung. Die einen sehen die Impfung als die ersehnte und einzige Rettung vor dem grassierenden Corona-Unheil. Die anderen sprechen von einem Menschenexperiment mit offenem Ausgang. Dazwischen bewegen sich viele verunsicherte Menschen, die hin- und hergerissen zwischen diesen beiden Polen einfach um eine für sich gute Entscheidung ringen. Daher unser Unterfangen, die verfügbaren Daten und Fakten zusammenzutragen und so gut wir es vermögen, anschaulich und ausgewogen darzulegen, was wir wissen und was modellhaft angenommen wird. Um die möglichen Gefahren und Potenziale der neuen Messenger-RNA-Impfstoffe diskutieren zu können, sollten nicht nur die verfügbaren Studienergebnisse interpretiert, sondern auch die Funktionsweise der Impfstoffe ausführlich betrachtet werden. Hier fokussieren wir die Messenger-RNA-Impfstoffe. Diese werden zurzeit von Biontech und Pfizer und auch Moderna angeboten und demnächst von CureVac und Pfizer vorgelegt werden. Einfach deshalb, dass dieser Impf-Typ im Sinne von Innovation und Wirksamkeit die größten Erwartungen auf sich vereint. Es sei an dieser Stelle betont, dass es viele Betrachtungsebenen gibt, zu denen das aktuelle Impfstoff-Thema einlädt. Neben der medizinischen Ebene bieten sich sehr wohl auch gesellschaftspolitische, ökonomische, ethische und nicht zuletzt auch juristische Fragestellungen an. In diesem Video fokussieren wir die medizinisch-physiologische Ebene. Nicht, weil die anderen weniger bedeutsam werden, sondern einfach, weil das unsere Expertise ist und weil wir glauben, dass hier ein Erkenntnisbedarf besteht, um den Menschen sowohl die medizinisch tätigen, wenn sie nicht gerade Immunologie-Spezialisten sind, wie auch Nicht-Experten zu helfen, sich ein eigenes Bild von den medizinischen Zusammenhängen zu machen. So gut das bei einem so anspruchsvollen Thema eben geht. Wie schon bei unseren Corona-Analysen geht es uns darum, zu informieren, um Kompetenz und Urteilskraft zu steigern und nicht zuletzt auch, um Angst zu reduzieren. Vernunft, Wissen und Sorgfalt statt Dauerpanik und die Erzeugung von Verunsicherung und Hilflosigkeit. Und genauso, wie wir uns bemüht haben, mit sachlichen Informationen gegen die Pandemie-Panik zu wirken, so gilt es nun auch bei der Impfung, Vernunft und Sachlichkeit walten zu lassen. Eine kontextuelle Einordnung der Thematik und gesundheitspolitische Aspekte thematisieren wir in einem eigenen Video. Hier also nun die Immunologie der Messenger-RNA-Impfung. Ein Kaviat, also eine Warnung, sei vorangestellt. Die nun folgenden Ausführungen werden bei allem Bemühen um Exaktheit unvollständig und wohl auch nicht hundertprozentig korrekt sein. Das ist dem Umstand geschuldet, dass einige Aspekte, die die Impfeffekte betreffen, immer noch hypothetischer Natur oder einfach unbekannt sind. Und trotz dieser zurzeit unvermeidbaren Beschränkungen hoffen wir, Ihnen ein vertieftes und damit umfassenderes Verständnis der Vorgänge vermitteln zu können. Unser Kanal wendet sich primär an medizinisch-therapeutische Berufsgruppen. Hier insbesondere Studierende. Jedoch freuen wir uns natürlich, wenn auch interessierte Laien unseren Ausführungen folgen. Der Vortrag ist medizinisch anspruchsvoll, aber mehr oder weniger so aufgebaut, dass alle, die guten Willens sind, auch werden folgen können. Lassen Sie sich von den vielen Details nicht schrecken. Denn genau diese Details sind notwendig, um Fragen zu klären und kritische Punkte aus dem Physiologischen heraus ableiten zu können. Genau das versuche ich nun im Folgenden zu tun. Mögen die Erkenntnisse aus diesem Vortrag Sie dabei unterstützen, Ihre Urteilskraft zu stärken und eine für Sie gute Entscheidung hinsichtlich dieser Impfung zu treffen. Gehen wir es also an. In einigen Grundlagenvideos auf unserem Kanal beschreiben wir einmal das menschliche Immunsystem, zum anderen die Unterscheidung von RNA und DNA und in einem weiteren Video auch die natürliche Herstellung von Messenger-RNA in der menschlichen Zelle. Wir empfehlen diese Beiträge als didaktische Unterstützung oder vielleicht auch als eine Art Nachschlagewerk für dieses Video zu nutzen. Ferner gibt es eine super kompakt Zusammenfassung dieses Videos als separaten kleinen Block, um nochmal einfach die Essenz sich anhören zu können. Wie ich in den besagten Videos darlegte, handelt es sich bei der Messenger-RNA um ein normales und somit physiologisches Molekül der Zelle, das im Rahmen der Proteinherstellung als eine Art Bote fungiert. Die DNA, die unsere Erbinformation und damit die Bauanleitung für die Proteine beherbergt, liegt im Zellkern und kann diesen auch nicht verlassen. Soll nun ein Protein gebildet werden, gilt es die Information von der DNA zur Proteinfabrik, den sogenannten Ribosomen, zu bringen. Die jedoch liegen außerhalb des Zellkerns. So wird nun die entsprechende DNA-Sequenz, also das Gen, abgelesen und die DNA in eine RNA umgeschrieben. Diese Boten- oder Messenger-RNA kann dann den Zellkern verlassen und übermittelt den Liposomen die Bauanleitung für genau das Protein, was eben hergestellt werden soll. Hat die Messenger-RNA ihre Botenfunktion, erfüllt, so wird sie durch Enzyme, namentlich durch die Ribonukleasen, rasch abgebaut. Bei dem aktuellen Impfstoff handelt es sich um eben solche Messenger-RNA-Moleküle. Der Unterschied also zwischen klassischen Impfpräparaten, wie wir sie seit vielen Jahrzehnten schon kennen, besteht also darin, dass dieser neuartige Impfstoff keine abgeschwächten Viren oder Viruspartikel enthält, sondern die Bauanleitung für einen bestimmten Bestandteil des Virus. Genauer gesagt handelt es sich um die Bauanleitung für ein Protein, das SARS-CoV-2 auf seiner Oberfläche trägt und welches ihm beim Andocken an Körperzellen hilfreich ist. Seiner dornenhaften Form geschuldet wird dieses Protein als Spike-Potein bezeichnet. Die Gründe übrigens für das außergewöhnlich hohe Tempo bei der Impfstoffentwicklung liegen einmal an diesen besonderen aus der Tumorforschung stammenden Messenger-RNA-Verfahren. Dessen Weiterentwicklung, man kann sagen, dieses Jahr mit unendlich vielen Milliarden Steuergeldern gefördert wurde. Das aber, und das glaube ich ist wichtig zu berücksichtigen, nahezu 30 Jahre Entwicklungszeit schon hinter sich hat, wenn auch größtenteils im Rahmen von Tierexperimenten. Der zweite Grund liegt in der verkürzten Prüfzeit. Der dritte Grund, das sind die Erkenntnisse zum Aufbau des Spike-Poteins, die schon an verwandten Corona-Stämmen und zwar SARS-CoV-1 und MERS vor allem gewonnen wurden und nun hier genutzt werden konnten. Anders formuliert, es waren in dieser Form wohl einmalig in der Medizingeschichte ganz besondere Voraussetzungen, die diese Entwicklung so möglich gemacht haben. Worum geht es im Kern? Für das Spike-Potein, das normalerweise auf der Virusoberfläche residiert, existiert natürlich in der Erbsubstanz von SARS-CoV-2 eine Bauanleitung. Und genau diese hat man entschlüsselt und nachgebaut. Das ist die Messenger-RNA, die nun als Impfstoff in einen Muskel gespritzt wird. Zumindest vom Prinzip her. Bei genauer Betrachtung unterscheidet sich jedoch der als Impfstoff verwendete Messenger-RNA-Anteil von der Originalbauanleitung an einigen wichtigen Stellen, weshalb man auch von einer modifizierten Messenger-RNA spricht. Der Einbau von modifizierten RNA-Bausteinen, man nennt diese auch Nukleoside, also der Einbau dieser modifizierten Bausteine in diese Original-RNA dient zum einen der Stabilisierung des ansonsten unheimlich empfindlichen RNA-Moleküls und zum anderen gilt es Abwehrmechanismen unseres Körpers, die sich nämlich gegen nicht-modifizierte Messenger-RNA richten würden, zu umgehen. Doch bevor wir diesen Punkt noch einmal aufgreifen, gilt es zunächst die Frage zu klären, wie diese modifizierte Messenger-RNA, die, wenn sie ganz nackt daherkommt, sehr instabil und fragil ist, wie sie überhaupt in die Körperzellen gelangen kann. Um dies zu ermöglichen, werden die Messenger-RNA-Moleküle in einen Fettmantel gehüllt. Diese sogenannten Lipid-Nanopartikel entsprechen, wenn auch nicht in Gänze, da es synthetische Fette sind, sondern doch in Teilen den natürlichen Fettmolekülen unserer Zellmembranen. Das erlaubt den Nanopartikeln mit den natürlichen Zellmembranen in Verbindung zu treten und ihren Inhalt, nämlich die Messenger-RNA, in das Zellinnere zu entleeren. Aber auch hier halten wir wieder einen Moment inne und schauen etwas genauer hin. Laut der Studien stellen diese Nanopartikel keine Gefahr dar. Ganz klar, da sie ja aus Fetten bestehen, die schon seit vielen Jahrzehnten erprobt sind. Diese Aussage bedarf einer Ergänzung, da nämlich genau diese Lipid-Nanopartikel für häufig auftretende, lokale und systemische Impfreaktionen mitverantwortlich gemacht werden. Im Rahmen der allgemeinen Messenger-RNA-Forschung wurden versuchsweise Lipid-Nanopartikel auch ohne Messenger-RNA-Beladung verabreicht und es zeigten sich ähnliche entzündliche Erscheinungen. All diese Reaktionen gemeinsam war aber ihre relativ kurze Dauer. Das heißt, nach 24 bis 48 Stunden bilden sich diese entzündlichen Abwehrreaktionen in der Regel zurück. So weit, so gut. Doch nun wurden im Rahmen der ersten Impfkampagnen mehrfach allergische Reaktionen bis hin zu anaphylaktischen Schocks festgestellt, beziehungsweise es wurde von ihnen berichtet. Und zwar die natürlich im Zusammenhang mit dieser Impfung auftraten. Einige Experten vermuten, dass auch diese Überreaktionen mit den Nanopartikeln zu tun haben könnten. Es ist insbesondere ein Bestandteil der Fettkügelchen, der hier im Verdacht steht, das Immunsystem dermaßen zu aktivieren. Es sind die sogenannten Polyethylenglykole. Der Körper kann zwar in wenigen, aber doch immer wieder mal auftretenden Fällen ausgeprägter auf diese Substanz reagieren. Solche allergischen Reaktionen treten allerdings, wenn sie auftreten, sofort oder innerhalb weniger Minuten bis maximal Stunden nach Verabreichung der Impfung und zwar bei sehr sensitiven Menschen auf. Die Betroffenen, so wird berichtet, reagieren typischerweise auch auf Polyethylenglykole, in Kosmetika oder in anderen Medikamenten, wo sie nämlich auch seit vielen Jahren eingesetzt werden. Langfristige Folgen sind nach Meinung der meisten Experten durch die PEG nicht zu erwarten. Schließlich, wie gesagt, finden sie sich seit Jahrzehnten als sogenannte pharmazeutische Hilfsstoffe in vielerlei Produkten verwendet. Insgesamt übrigens bestätigen Allergologen, dass dieser Impfstofftyp weniger potenziell allergieauslösende Substanzen enthält als konventionelle Impfstoffe. Neben den Lipid-Nanopartikeln und der Messenger-RNA finden sich lediglich natürlich im Organismus vorkommende Salze, Phosphate und Zucker in diesem Impfstoff. Naja, okay, das aber ändert nichts an der Tatsache, dass sehr viele Menschen in den ersten Tagen nach der Impfung mit ausgeprägten lokalen Entzündungsprozessen und unangenehmen systemischen grippalen Erscheinungen reagieren. Das sind in den allermeisten Fällen nur vorübergehende und somit auch gut handhabbare Phänomene, aber es ist wichtig, darüber aufzuklären und dies zu berücksichtigen. Und ferner gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Reaktionen in seltenen Einzelfällen als schwere Über-Empfindlichkeitsreaktionen zeigen können. Ebenfalls wichtig an dieser Stelle ist die Tatsache, dass klassische Adjuvantien, das heißt also Wirkverstärker wie zum Beispiel Aluminiumverbindungen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten bei verschiedenen Impfungen Verwendung finden, hier nicht zum Einsatz kommen. Man könnte auch sagen, die beladenen Lipid-Nanopartikel sind selbst Adjuvants genug, da sie eben die Abwehr so oder so schon relativ stark aktivieren. Die Diskussion, die zum Beispiel um die Nebenwirkungen der Schweinegrippeimpfung geführt wird, immer noch heute, macht sich genau an diesen damals verwendeten Adjuvantien fest. Zumindest diese Belastung kann hier und muss hier nicht befürchtet werden. Da der Impfstoff in einen Muskel gespritzt wird, ist es naheliegend davon auszugehen, dass die Lipid-Nanopartikel auch Muskelzellen ansteuern und ihre wertvolle Fracht an diese abgeben. So wird es auch vielfach beschrieben. Doch um die Impfreaktion in Gänze zu aktivieren, würde das in keinster Form ausreichen. Überall im Körper, so auch in der und um die Muskulatur herum, finden wir mobile Abwehrzellen. So genannte antigenpräsentierende Zellen. Oft als APZ oder englisch APC abgekürzt. Zu ihnen werden vor allem die großen Fresszellen, Makrophagen genannt, und die sogenannten dendritischen Zellen gezählt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Antigene, das sind fremdartige Strukturen, sozusagen Erkennungsmerkmale von Erregern, die sie zuvor aufgenommen haben, an ihre Oberfläche zu setzen und damit zu präsentieren. Und damit dann andere Abwehrzellen zu mobilisieren. Die Aktivierung insbesondere der dendritischen Zellen, wie könnte man als Hauptform der antigenpräsentierenden Zellen bezeichnen, ihre Aktivierung gilt als entscheidend für die komplexen immunologischen Reaktionen im Körper und auch als entscheidend für die Wirksamkeit der Messenger-RNA-basierten Impfstoffe. Genau das erbrachte nämlich die Messenger-RNA-Forschung, die schon lange vor der Corona-Pandemie durchgeführt wurde. Das heißt, die Lipid-Nanopartikel müssen vor allem in diese dendritischen Zellen beziehungsweise in diese antigenpräsentierenden Zellen gelangen. Die Tatsache, dass die Fettkügelchen mit der Messenger-RNA sowohl in Muskelzellen wie auch in antigenpräsentierenden Zellen einwandern, ist von herausragender Bedeutung. Einfach deshalb, da diese Zellen jeweils ganz unterschiedliche Immunantworten auslösen. Doch zunächst schauen wir uns an, was innerhalb der beiden Zellarten mit der Messenger-RNA geschieht. Denn in den Zellen jeweils gleichen sich die Abläufe beider Zellen. Die Unterschiede, kann man sich so schon mal vorstellen, beginnen erst später, wenn diese beiden verschiedenen Zellarten ihr Spike-Protein nach außen abgeben, nach außen präsentieren. Aber innerhalb der Zelle, wie gesagt, läuft vieles parallel ab. Also, die Lipid-Nanopartikel verbinden sich mit der Zellmembran von Muskelzelle und antigenpräsentierender Zelle. Und die Messenger-RNA gelangt so in jeweils das Zellinnere. Ja, Sie ahnen es vielleicht schon, auch hier geht es nun komplizierter weiter, als es üblicherweise dargestellt wird. Denn einmal aus ihrer Fettumhüllung freigesetzt, ist die Messenger-RNA bedroht. Eine Art RNA-Sensor-System, das wir in unserem Körper besitzen, ist in der Lage, fremde RNA zu erkennen. Sogelannte Pattern-Recognition-Rezeptoren. Gar nicht so wichtig, aber wichtig. Diese Rezeptortypen sind in der Lage, ungebetene Gäste zu erfassen, um mit starken entzündlichen Abwehrreaktionen zu reagieren. Zu diesen Rezeptortypen gehören unter anderem zum Beispiel die sogenannten Toll-Like-Rezeptoren. Die können nämlich fremde Nukleinsäuren, also RNA-Bausteine, detektieren. Andere Rezeptoren, wie die RIG1-ähnlichen Rezeptoren, diese können virale RNA erfassen. Nochmal mit anderen Worten. Sowohl in wie auch außerhalb unserer Körperzellen besitzen wir spezifische Rezeptoren, die in der Lage sind, fremde RNA, typischerweise die RNA von Viren, zu erkennen. Und diese spezifischen Rezeptoren gehören zu dem, was man die angeborene Abwehr nennt. Damit also die Messenger-RNA des Impfstoffs von diesem Teil der Abwehr nicht so schnell erkannt und eben abgebaut wird, bedarf es der Modifikation. Vom Originalbauplan des SARS-CoV-2 abweichende und somit modifizierte Bausteine, also modifizierte Nukleoside, werden in den Bauplan für das Spike-Protein eingebaut. Die Verwendung dieser sogenannten Nukleosid-modifizierten Messenger-RNA führt also dazu, dass sie von der Abwehr schlechter erkannt werden. Das heißt, diese Modifikation reduziert die Immunaktivierung. Ihr Abbau wird so verlangsamt und das gewährt der Messenger-RNA mehr Zeit für die Anregung der Proteinherstellung. Das ist wichtig, weil entgegen der häufig artikulierten Sorge, die Messenger-RNA könnte zu lange und zu massiv wirksam werden und somit stark negative Effekte verursachen, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es bedurfte größter Forschungsanstrengung dafür zu sorgen, dass die eingeführte Messenger-RNA überhaupt lang genug überlebt, um überhaupt wirksam werden zu können. Ihre Instabilität und ihre Erkennung durch die angeborene Abwehr waren das eigentliche Problem, nicht ihre Robustheit oder ihre mögliche Überaktivität. Alles bisher Beschriebene spielt sich vor allem in den Körperzellen ab. Würden Messenger-RNA-Moleküle aus dem Impfstoff heraus vor dem Eintritt in die Körperzellen aus ihrer Fettummantelung freigesetzt werden, so könnten sie natürlich auch von extrazellulären Rezeptoren erkannt werden. Klar, denn diese schon erwähnten Rezeptoren, wie zum Beispiel die Toll-Like-Rezeptoren, finden sich auch an der Zelloberfläche, zum Beispiel von antigen präsentierenden Zellen, von wo aus sie in den äußeren Zellraum ragen und so als Andockstelle für freie Messenger-RNA-Moleküle fungieren können. Wir sehen, wie knifflig das Ganze unterfangen ist. Es war ein langer Forschungsweg, bis man das Transportmittel, sprich die Fettverpackung, funktionsfähig hatte, die Messenger-RNA stabil genug herzustellen in der Lage war und die Modifikation der Messenger-RNA so gelang, dass die Abwehrmechanismen sie nicht zu schnell entdeckten und auf sie dann entsprechend reagierten. Weiter in unserer Abfolge. Es wandert also nun die in der Zelle befindliche modifizierte Messenger-RNA ihrer Bestimmung entsprechend zu den Ribosomen. Das heißt den Proteinsynthesefabriken der Zelle. Die Ribosomen behandeln die eingeimpfte Messenger-RNA genau wie die zelleigene. Und das bedeutet, sie stellen das durch diese Messenger-RNA kodierte Protein her. Also das heißt, die Ribosomen der Körperzellen produzieren nun das Spike-Protein des Virus. Und dieses setzt sich aus immerhin über 1200 Aminosäuren zusammen. Also eine wahrlich anspruchsvolle Aufgabe, die die Ribosomen hier zu erfüllen haben. Dieser Produktionsprozess läuft natürlich nicht endlos ab. Nach einigen Stunden bis wenigen Tagen endet die Spike-Protein-Produktion. Die Messenger-RNA wird dann, genau wie auch die zelleigene Messenger-RNA, enzymatisch abgebaut. Nachdem das Grundgerüst des Spike-Proteins in den Ribosomen hergestellt wurde, muss es noch andere Zellorganellen, wie zum Beispiel das endoplasmatische Reticulum, durchlaufen, um seine komplexe Form zu erhalten. Was aber geschieht dann mit dem vollendeten Spike-Protein? Um das zu verstehen, muss man Folgendes wissen. Proteine oder Fragmente von Proteinen, die in normalen Körperzellen produziert werden, werden immer auch an die Oberfläche transportiert und dort platziert. Damit macht die Zelle öffentlich, was sie so alles produziert. Das heißt, was sich in ihr befindet. Das gibt Abwehrzellen dann die Möglichkeit zu kontrollieren, ob in den Zellen auch alles ordnungsgemäß abläuft. Wird das an der Oberfläche platzierte Protein als körpereigenes Protein erkannt, so ist alles in Ordnung. Das Immunsystem bleibt ruhig. Erkennen aber die Abwehrzellen, dass eine Körperzelle auf einmal körperfremde oder krankhafte Proteine an ihrer Oberfläche aufweist, dann werden Abwehrprozesse in Gang gesetzt und natürlich darauf reagiert. Solche körperfremden Proteine können zum Beispiel virale Proteine sein. Und um genau ein solches virales Protein handelt es sich bei unserem Spike-Protein. Zellen, die also das Spike-Protein gebildet haben, setzen dieses an ihre Oberfläche und offenbaren damit dem Immunsystem, dass sie etwas Fremdes, etwas Krankhaftes in sich tragen. Neben dieser beschriebenen Variante besitzt die Zelle noch eine zweite Möglichkeit, mit dem Spike-Protein, das sie gebildet hat, umzugehen. Nämlich, sie kann das Protein auch einfach nach außen abgeben. Als Fremdprotein würde es dann außerhalb der Zelle immunologische Reaktionen provozieren. Ich hoffe, alle sind gedanklich noch bei mir. Sie verzeihen mir bitte, wenn ich Sie mit so vielen Details konfrontieren muss. Aber, aber wie gesagt, nur so ist Verstehen möglich. Und nur so haben wir eine Chance, kritische Punkte zur Impfung wirklich aus dem physiologischen Geschehen heraus abzuleiten. Halten Sie durch. Denn jetzt, jetzt erst, wird es richtig spannend. Wenn eine Körperzelle nun das Protein an ihre Oberfläche setzt, um damit das Immunsystem zu informieren, so muss sie sich zugleich als Zelle des je eigenen Organismus zu erkennen geben. Sie muss dem Immunsystem sozusagen mitteilen, ich gehöre zu diesem Organismus und dieses Protein habe ich produziert. Die Zugehörigkeit zum Organismus bekundet sie über eine Art Personalausweis. An den Seuchen haben alle Körperzellen an ihrer Oberfläche sitzen. Die Fachleute nennen diesen Personalausweis MHC-Molekül. Nun trennen sich die Wege von normaler Körperzelle, in unserem Falle also die Muskelzelle, und der antigenpräsentierenden Zelle. Denn diese beiden Zellarten besitzen unterschiedliche Personalausweise. Während sich die Muskelzellen wie alle kernhaltigen Zellen des Körpers mit einem sogenannten MHC-1-Molekül ausweisen, man könnte auch sagen, eine Art Klasse-1-Ausweis, verwenden die antigenpräsentierenden Zellen vor allem ein MHC-2-Molekül, um ihre Identität zu bekunden. Muskelzellen und antigenpräsentierende Zellen setzen im Fall der Corona-Impfung somit ihr Spike-Potein auf ihr jeweiliges MHC-Molekül drauf. Personalausweis und Spike-Potein verbinden sich und damit kann die Immunzelle, die nun kommt, darauf reagieren. Und noch einmal, das heißt also, bei den Muskelzellen haben wir einen Komplex aus Spike-Potein und MHC-1-Molekül. Bei den antigenpräsentierenden Zellen ein Komplex aus Spike-Potein und einem MHC-2-Molekül. Die Abwehrzellen, die diese Komplexe nun absuchen und schließlich auch detektieren können, das heißt also, die mit ihren je-spezifischen Rezeptoren an diesen Komplexen andocken können, die nennen wir T-Lymphozyten oder T-Zellen. T, weil sie im Thymus reifen. Und diese T-Zellen verfügen als spezifische Abwehrzellen über einen je-spezifischen T-Zell-Rezeptor, in dem sie genau den zu ihnen passenden Feind erkennen können. Aber damit es nicht zu einfach wird, können bei den T-Lymphozyten, bei den T-Zellen, wiederum zwei Unterformen unterschieden werden. Die T-Helferzelle, die auch CD4-Zelle genannt wird, da sie sich durch einen CD4-Rezeptor auszeichnet, auf der einen Seite, sowie die zytotoxische T-Zelle, zytotoxisch heißt zellschädigend, und diese zytotoxische T-Zelle besitzt als Haupterkennungsmerkmal einen CD8-Rezeptor und wird entsprechend auch gerne CD8-Zelle genannt. Die Namen geben schon Auskunft über die Funktion der unterschiedlichen T-Zellen. Die T-Helferzelle will nicht zerstören, sondern nur helfen. Sie will helfen, die Abwehr gegen einen Feind zu koordinieren. Deshalb können T-Helferzellen auch nur an ein MHC2-Molekül andocken. Denn die antigenpräsentierenden Zellen, die ja als einzige über ein MHC2-Molekül verfügen, bedürfen genau dieser Hilfe, müssen aber als aktive Abwehrzellen nicht zerstört werden. Also noch einmal, die je passenden T-Helferzellen dockt jeweils mit ihrem T-Zell-Rezeptor an dem Komplex aus MHC2-Molekül und Spike-Protein auf einer antigenpräsentierenden Zelle an und wird so aktiviert. Übrigens muss die T-Helferzelle, um das Andocken an den MHC-Spike-Proteinkomplex zu kompletieren, sowohl mit ihrem T-Zell-Rezeptor als auch ihrem sie kennzeichnenden CD4-Rezeptor an eben diesem Komplex andocken. Und die nun aktivierte T-Helferzelle beginnt sich dann zu teilen. Bei der Zellteilung entstehen einmal viele weitere aktivierte T-Helferzellen, die nun wiederum viele Botenstoffe freisetzen. Und so die B-Lymphozyten stimulieren, Antikörper gegen genau das zuvor erkannte Spike-Protein zu bilden. Die nun aktivierten B-Lymphozyten wandeln sich dann zu Plasmazellen um. Und genau diese Plasmazellen bilden dann in großer Zahl Antikörper gegen das fremde Spike-Protein. Bei den Zellteilungen, die nun sowohl bei den T-Helferzellen wie auch bei den Plasmazellen zu beobachten sind, bilden sich jeweils auch Unterfraktionen von T-Helferzellen und Plasmazellen jeweils, die an dem aktuellen Kampfgeschehen nicht teilnehmen, die aber als sogenannte Gedächtniszellen länger überleben können und die dann bei einer Wiederbegegnung mit dem Spike-Protein, nämlich dann, wenn es an der Oberfläche von SARS-CoV-2 im Rahmen einer Infektion wiederkehrt, dann können sie gleich ad hoc zuschlagen und den Erreger bekämpfen. Ich hoffe, alle konnten sich ein Bild davon machen, wie die Aktivierung der Antikörperbildung abläuft. Nämlich über die Aktivierung der T-Helferzellen durch die antigenpräsentierenden Zellen mit dem Spike-Protein an ihrer Oberfläche. Aber wir haben ja noch die Muskelzellen. Und auch diese bilden ja das Spike-Protein und setzen es neben ihren Personalausweis. Aber neben ihr MHC-1-Molekül. Denn sie besitzen ja nur das MHC-1. Ich betone noch einmal den Unterschied. Eine antigenpräsentierende Zelle ist eine Abwehrzelle. Wenn sie ein Virusprotein an ihrer Oberfläche platziert, dann braucht sie Hilfe. Sie muss aber nicht getötet werden, da sie ja eine Abwehrzelle ist und mit dem Virus auch schon dann klarkommt. Und deshalb werden auch nur T-Helferzellen zu den antigenpräsentierenden Zellen geschickt. Und nur die beiden können zusammenkommen, da die T-Helferzelle eben nur am MHC-2-Molekül andocken kann. Und den MHC-2-Ausweis besitzen wir ja natürlich nur die antigenpräsentierenden Zellen. An einem MHC-1-Molekül kann dagegen nur eine zytotoxische T-Zelle andocken. Ihr T-Zellrezeptor erkennt nur Komplexe aus MHC-1 und dem Fremdprotein, also unserem Spike-Protein. Eine Abwehrzelle, die hier nun andocken kann, weil ihr Rezeptor genau hier drauf passt, muss davon ausgehen, dass diese Körperzelle infiziert ist. Denn normalerweise können ja nur Körperzellen, die von einem Virus heimgesucht wurden, solche Erkennungszeichen wie das Spike-Protein an ihre Oberfläche setzen. Und da ja normalerweise eine infizierte Körperzelle neue Viren produziert, muss sie getötet werden. Das heißt, kommt es zu einer Andockung einer zytotoxischen T-Zelle mit ihrem Rezeptor und ihrem CD-8-Molekül an ein MHC-1 Spike-Protein-Komplex, so wird diese Körperzelle zerstört. In unserem Falle wäre das dann die einzelne Muskelzelle, die das Spike-Protein an ihre Oberfläche gesetzt hat. So weit, so gut. Und nun haben wir ein Problem. Denn an dieser Stelle herrscht eine Meinungsverschiedenheit. Es geht nämlich um die Frage, ob diese Muskelzellen im Rahmen der Impfung tatsächlich auch zerstört werden. Es wird die Meinung vertreten, die Muskelzellen würden nicht beschädigt werden. Ich persönlich komme zu dem Schluss, dass dies sehr wohl der Fall sein müsste. Hier meine Begründung. So leid es mir tut. Doch damit ich meine Argumentation ausführen kann, müssen wir noch eine Ebene tiefer in die Physiologie der Immunprozesse noch eindringen. Bleiben Sie tapfer und bleiben Sie beharrlich. Wir gehen da gemeinsam durch. Die Erweiterung ist notwendig, da die beiden T-Lymphozyten-Arten das Andocken über ihren Rezeptor und ihr jeweiliges CD4- beziehungsweise CD8-Molekül. Dieses Andocken, wie ich es bisher beschrieben habe, reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, um tatsächlich eine effektive Aktivierung zu erreichen. Die T-Zellen benötigen noch weitere Signale. Erst dann können sie wirklich aktiviert werden. Diese weiteren Signale bekommen Sie über sogenannte ko-stimulierende Moleküle. Also Moleküle, mit denen Sie in Wechselwirkung treten und dadurch nochmal einen weiteren Stimulus erhalten. Die wichtigsten sind die sogenannten B7-Moleküle, auch CD80 und CD86 beschrieben, die nämlich an der Oberfläche von aktivierten Körperzellen beziehungsweise von aktivierten Antigen präsentierenden Zellen vorkommen. An diese Moleküle binden sich Strukturen der T-Zellen, Nämlich das sogenannte CD28 Molekül. Übrigens ein kleiner spannender Exkurs an der Stelle, denn ein Grund für die abnehmende Effizienz des Immunsystems bei älteren Menschen findet sich unter anderem in der Abnahme genau dieser Struktur. Das heißt, das gerade von mir beschriebene CD28 Molekül wird im Alter von immer weniger T-Zellen ausgebildet. Und so kann das zweite Signal über diese sogenannten ko-stimulierenden Faktoren nicht wirksam werden. Und die T-Zellaktivierung wird so dramatisch erschwert. Dies lässt sich auch beim Einsatz von Impfstoffen sehr gut beobachten. So wäre es nicht überraschend, wenn sich die Impf-Effekte auch der neuen Messenger-RNA-Impfung bei älteren Menschen weniger ausgeprägt zeigen würde. Da eben genau dieses zweite Signal bei vielen T-Zellen einfach schwächer ist. Es fehlt einfach das CD28-Oberflächenmolekül. Um das ganze Bild nun in Gänze zu vollenden, erhält die T-Zelle, nachdem sie mit ihrem Rezeptor und dem CD4-Molekül oder eben CD8 jeweils angedockt hat, Signal Nummer 1, und mit dem ko-stimulierenden B7-Molekül in Wechselwirkung getreten ist, Signal Nummer 2, nun sogar noch ein drittes Signal in Form von Botenstoffen, die insbesondere die antigen präsentierenden Zellen freisetzen. Das bedeutet also, dass die Auslösung einer T-Zell-Antwort mindestens drei Schritte umfasst. Drei Schritte, bei denen jeweils verschiedene Signale das Schicksal der Naiven also dennoch nicht aktivierten T-Zelle bestimmen. Im Kontext der Impfung stellen wir uns also vor, dass beide Wege beschritten wurden. Das heißt, sowohl die Muskelzelle wie auch die antigen präsentierenden Zellen haben die Messenger-RNA des Impfstoffs aufgenommen, das Spike-Potuin produziert und dieses dann an ihre Oberfläche gesetzt, neben ihren Personalausweis, neben ihr MHC- Molekül. Nun haben die T-Helfer-Zellen an den Antigen präsentierenden Zellen angedockt und die Zytotoxischen T-Zellen an den Muskelzellen. Beide Zellarten haben nun ihre Signale erhalten und wurden aktiviert. Wir sind uns einig, dass die T-Helfer-Zellen aktiviert werden müssen, denn nur sie vermögen es, die B-Lymphozyten zu aktivieren, um wiederum ihre Antikörper gegen das Spike-Potuin zu bilden. Da wir wissen, dass im Rahmen der Impfung Anti-Spike- Antikörper gebildet werden, müssen die T-Helfer-Zellen erfolgreich aktiviert worden sein. Nun hat die T-Helfer-Zelle aber nicht nur die Aufgabe, die B-Lymphozyten zur Antikörper-Bildung anzuregen, sondern die T-Helfer-Zellen stimulieren auch die Zytotoxischen T-Zellen. Das heißt, es gibt auch noch eine funktionelle Querverbindung zwischen den T-Zell-Arten. Auch wenn dieser Sachverhalt nicht sicher ist, aber aus all dem bisher Gesagten kann sehr wohl angenommen werden, dass die Zytotoxischen T-Zellen ausreichend Stimulationssignale erhalten, um aktiviert zu werden. Ist dies der Fall, so müssen wir weiter davon ausgehen, dass sich die Zytotoxischen T-Zellen dann auch gegen die Muskelzellen jeweils wenden. Doch wenn das so ist, ist das dann gefährlich? Hier darf man wiederum davon ausgehen, dass bei einer so geringen Impfstoffmenge, wir sprechen bei der BioNTech-Pfizer-Impfung von 30 Millionenstel Gramm, nur eine geringe Menge an Muskelzellen beschädigt würde. Die deutsche Firma CureVac, die zurzeit einen eigenen Messenger-RNA-Impfstoff in der dritten Phase beforscht, hat publiziert, dass sie bei noch wesentlich kleineren Impfstoffmengen eine signifikante Immunstimulation nachweisen konnten. Hier werden also die Mengen eventuell insgesamt noch weiter gesenkt werden und damit ist das beschriebene Problem mit der potenziellen Zellzerstörung noch mal verringert. Eine ebenfalls häufig formulierte Sorge betrifft die Möglichkeit, dass nicht nur die Muskelzellen Schaden nehmen könnten, sondern dass der Impfstoff sich vom Muskel ausgehend im ganzen Organismus verteilen und so in viele Zellen eindringen könnte. Eine Zerstörung vieler dieser Zellen in zahlreichen Organen könnte durch genau die beschriebenen Mechanismen ausgelöst werden. Prinzipiell zeigen Messenger-RNA Tierversuche, dass sich der Impfstoff tatsächlich vom Ort der Injektion wegbewegen und so auch andere Gebiete erreichen kann. Hier ist aber nun wichtig festzustellen, dass sich eine ausgeprägte und weite Verteilung des Impfstoffs vor allem bei Verabreichung des Impfstoffs über die Blutbahn beobachten ließ. Die intramuskuläre Verabreichung senkte die sich verteilende Menge signifikant. Diese Befunde lassen den Schluss zu, dass sich der Impfstoff nicht nur, jedoch in erster Linie am Ort bzw. in der Nähe der Injektionsstelle verteilt. Die Mengen, die sich weiter verteilen könnten, sind wahrscheinlich zu gering, als dass sie signifikante Schäden an anderen als den Muskelzellen verursachen könnten. Das ist nicht sicher, aber die bestehenden Ergebnisse aus den Tierversuchen lassen diese Option als die wahrscheinlichste erscheinen. Wir kommen zum Finale unserer Immunisierung durch die Impfung. All die beschriebenen Prozesse münden am Ende in einer Vermehrung der T-Helferzellen und der Zytotoxischen T-Zellen mit einer jeweiligen Ausbildung von Gedächtniszellen. Die von den T-Helferzellen stimulierten B-Lymphozyten werden zu Plasmazellen und bilden Antikörper. Und zwar Antikörper gegen das Spike-Protein. Und auch hier wiederum entstehen Gedächtniszellen. Bei einem späteren Kontakt mit dem richtigen Erreger, wenn sich also die geimpfte Person infiziert, erkennt das Immunsystem, das Spike-Protein an der Virusoberfläche wieder und kann dann schnell und gezielt gegen den Eindringling vorgehen. Ob er sofort komplett eliminiert wird, dieser Eindringling, im Sinne von, dass es gar nicht zur Infektion kommt oder ob eine Infektion zwar sich ereignet, ohne aber, dass eine Erkrankung erfolgen kann, das ist noch nicht abschließend geklärt. Soweit das Wirkmodell zum Messenger-RNA-Impfstoff. Ich hoffe, es haben jetzt nicht zu viele abgeschaltet. Für alle, die bisher durchgehalten haben, würde ich noch gerne einige weitere Fragen diskutieren. Und zwar Fragen, die von interessierten und auch besorgten Nutzern unseres Kanals an uns herangetragen wurden. Die erste Frage betrifft die Sorge, die Erbinformation, die in Form der Messenger-RNA eingeimpft wird, könnte in die DNA der Körperzelle gelangen und so das Erbgut verändern. Zunächst verweise ich noch einmal auf den Umstand, dass das Problem der Messenger-RNA vor allem in ihrer Instabilität und in dem Umstand zu sehen ist, dass sie durch die Abwehr als fremderkannt und zu schnell abgebaut werden könnte. Um aber die Messenger-RNA tatsächlich in die DNA einbauen zu können, müsste die aus dem Impfstoff stammende Messenger-RNA in den Körperzellen und zwar im Zellkern, in den sie gar nicht hineingelangt, in DNA übersetzt. Man kann auch sagen, in DNA umgeschrieben werden. Umgeschrieben deshalb, weil die Messenger-RNA die ist nur einzelsträngig und chemisch auch ein wenig anders aufgebaut als die DNA. Damit also dieses Umschreiben der Messenger-RNA in DNA erfolgen kann, bedarf es der Anwesenheit spezifischer Enzyme, die aber in menschlichen Zellen nicht vorliegen. Es sind die Reverse, Transkriptase und die Integrase. Diese Enzyme gehören zur Ausstattung von verschiedenen RNA-Viren, so zum Beispiel den Retroviren wie HIV. Diese sind tatsächlich in der Lage, ihr Genom in das menschliche Genom tatsächlich einzubauen. So wird es zumindest theoretisch möglich, dass bei Personen, die zum Beispiel mit Retroviren infiziert sind, eine Umschreibung erfolgt. Falls der Messenger-RNA-Impfstoff und das Retrovirus zufällig in derselben Körperzelle zeitgleich zugegen wären. Auch in diesem höchst unwahrscheinlichen Falle kommt es dennoch nicht automatisch zu einem Umschreiben der Impf-RNA. Einfach deshalb, da die Viren beim Einsatz ihrer wertvollen Enzyme sehr spezifisch arbeiten und vor allem ihr eigenes Material bearbeiten. Somit ist es theoretisch zwar denkbar, praktisch so gut wie unmöglich, dass über eine eingeimpfte Messenger-RNA das Erbgut der geimpften Person verändert werden könnte. Eine weitere Frage betrifft die Möglichkeit, Autoimmunprozesse durch diese Impfung auszulösen. Es gibt verschiedene Mechanismen zur Stimulierung einer Autoimmunerkrankung. So kann es zum Beispiel bei bestimmten genetisch veranlagten Personen dazu kommen, dass das Immunsystem nicht nur das Spike Protein als fremd erkennt, sondern auch strukturell ähnlich gebaute körpereigene Proteine und diese dann eben auch attackiert. Also eine Art Doppel-Effekt. Das ist prinzipiell denkbar. So wird zum Beispiel eine Ähnlichkeit zwischen dem Spike-Potein des Virus und einem Protein, das für die Bildung der Plazenta wichtig ist, nämlich das Syncytin 1 postuliert. Diese Aussage weckte die Befürchtung, die Impfung könnte bei der Frau zur Unfruchtbarkeit führen, da die Abwehr dann eben nicht nur das Spike-Potein bekämpfen würde, sondern auch das Syncytin 1. Zum Einen besteht diese Ähnlichkeit auf molekularer Ebene nicht wirklich und entsprechend gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die Antikörper, die gegen das Spike-Potein agieren, tatsächlich auch das Syncytin 1 angreifen könnten. Es ist eine Falschannahme. Auch konnte bisher nicht beobachtet werden, dass irgendwie geartete Autoimmunprozesse nach einer Messenger-RNA-Impfung vermehrt aufgetreten wären. Ich betone all dies nach jetzigem aktuellen Wissensstand. Es stellt sich aber die Frage, ob sich solche Autoimmunprozesse eventuell auch zu einem viel späteren Zeitpunkt ausbilden könnten. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, Nämlich, wie sieht es mit möglichen schädlichen Langzeitfolgen aus? Eben wie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, die sich aber erst wesentlich später zeigt. Im Gegensatz zu einer medikamentösen Dauertherapie, wo die eingesetzten Substanzen jeweils kumulieren können, also über die Zeit sich ansammeln können, wird der hier beschriebene Impfstoff im Rahmen einer Grundimmunisierung zunächst nur zweimal verabreicht. Die immunologischen Prozesse werden augenblicklich in Gang gesetzt. Ihre Folgen im Guten wie eventuell auch im Negativen offenbaren sich, wie bei Impfprozessen seit Jahrzehnten bekannt, sehr rasch. Nebenwirkungen zeigen sich je nach Impfstoffart binnen weniger Stunden, Tage oder Wochen, maximal nach wenigen Monaten, jeweils nach der Impfung. Auch allergische Reaktionen, ob leicht oder schwer, zeigen sich sehr zeitnah. Als sehr seltene Nebenwirkungen sind unterschiedliche Autoimmunreaktionen bei anderen Impfungen schon beobachtet worden. Aber selbst diese treten in aller Regel nach wenigen Wochen oder Monaten auf. Ausnahmen existieren, aber sie sind extremst selten. Der Sinn längerfristiger Beobachtungen nach einer Impfung liegt vor allem darin, sehr seltene Nebenwirkungen zu erfassen. Wie zum Beispiel wie bei der Narkolepsie nach einer Schweinegrippe Impfung zu beobachten war, nur einen von 20.000 geimpften Personen ereilt. Langzeit bezieht sich also bei Impfstoffen weniger auf die Zeit, nach der eine Nebenwirkung auftreten könnte, als vielmehr auf die Zeit, nach der genug Menschen geimpft worden sind, um auch eine seltene Nebenwirkung entdecken und zuordnen zu können. Auch die gerade genannte Narkolepsie nach der Schweinegrippe Impfung zeigte sich bei den allermeisten Betroffenen innerhalb weniger Wochen, bei einigen wenigen nach maximal vier Monaten. Durch die zur Zeit laufenden Massenimpfungen wird eine notwendige Anzahl geimpfter Personen für das Erkennen auch seltener Nebenwirkungen sehr schnell erreicht sein. Bei allen zu diskutierenden kritischen Punkten, die mit der Impfkampagne einhergehen, so darf dieser Aspekt als positiv hervorgehoben werden. Nach den medizinischen Fragestellungen nun noch einige Worte zu den konkreten Daten der Pfizer-BioNTech- Studie. In der verkürzten Beobachtungsphase wurden acht der über 18.000 Geimpften sowie 162 Personen von ebenfalls über 18.000 Probanden der Placebo-Gruppe symptomatisch und positiv auf Coronavirus getestet. Somit wurden bei einem Durchschnittsalter der Probanden von 52 Jahren 0,04 Prozent der Geimpften und 0,9 Prozent der Placebo-Gruppe im Anschluss an die erste Impfung positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Setzbar diese beiden Zahlen ins Verhältnis ergibt sich die von den Entwicklern angegebene relative Schutzwirkung von 95 Prozent. Ein Punkt, dem bei der Analyse dieser Daten wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist die Tatsache, dass eine symptomatische Infektion durch SARS-CoV-2 im Beobachtungszeitraum insgesamt sehr selten auftrat. Denn in der Placebo-Gruppe wiesen, wie gesagt, 162 Probanden und damit 0,9 Prozent der Teilnehmenden einen solchen symptomatischen Infekt auf. 162 von über 18.000 Probanden. Schwere Verläufe von Covid-19 traten insgesamt gar bei nur insgesamt 10 Probanden auf. 10 Schwererkrankte bei über 37.000 ausgewerteten Probanden. Neun der Schwererkrankten waren nicht geimpft, gehörten somit der Placebo-Gruppe an. Eine schwer erkrankte Person gehörte der geimpften Gruppe an. Diese Werte passen jeweils zu den 95 Prozent relativer Schutzwirkung. Das heißt, der Impfeffekt reduziert die Infektionswahrscheinlichkeit sehr ausgeprägt. Jedoch bei einem Infektionsgeschehen, das selbst wiederum selten symptomatische Verläufe und extrem selten schwerste Erkrankungsverläufe zeigt. Dafür, dass die Impfung ebenso effektiv die Wahrscheinlichkeit schwerster Verläufe oder gar von Todesfällen wird reduzieren können, gibt es sehr wohl Anzeichen, sicher ist es noch nicht. Was zeigt sich konkret im Rahmen der Impfung? Im Sinne der Akutwirkung, das heißt, zeitnah zur Impfung zeigen die Ergebnisse, dass der Impfstoff relativ gut verträglich ist. Die insgesamt zwar sehr häufigen Reaktionen an der Einstichstelle und die ebenfalls häufigen systemischen Grippesymptome waren leicht bis moderat. Reaktionen dieser Art sind für Impfungen nicht ungewöhnlich. Es waren hier zwar häufiger als bei vielen anderen Impfungen in einigen Fällen auch recht ausgeprägt, bildeten sich jedoch relativ schnell wieder zurück. In einigen wenigen Fällen kam es zu schweren allergischen Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Bei Allergikern ist also Vorsicht geboten und die Begleitung durch vorbereitetes ärztliches Personal bei diesem Kollektiv obligat. Ob das seltene Auftreten von leichter Gesichtslehbung in Israel 13 Fälle auf 2,3 Millionen Impfungen mit der Impfung im Zusammenhang steht, ist noch unklar. Bei mittlerweile vielen Millionen verabreichter Impfungen wurde von mehreren Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung berichtet. Ein kausaler Zusammenhang konnte in zahlreichen Fällen ausgeschlossen werden. Nicht alle Untersuchungen sind bisher abgeschlossen worden. Bedenkend, dass zur Zeit sehr viele hochbetagte und vielfach stark vorerkrankte Menschen geimpft werden, besteht natürlich auch eine statistische Wahrscheinlichkeit für ein Versterben in zeitlicher Nähe zur Impfung, die deshalb aber nicht ursächlich dafür verantwortlich sein muss. Aber natürlich muss das geklärt werden. Wichtig dabei, diesen Sachverhalt zu kommunizieren, fällt der Politik nun deshalb so schwer, weil diese Art der wissenschaftlich sauberen Zuordnung bei den Covid-19 Erkrankten nicht zur Anwendung kam und auch weiterhin nicht kommt. Denn jeder Verstorbene, der positiv getestet wurde, war und ist ein Covid-19 Opfer, unabhängig davon, wie alt und an welchen primären Krankheiten leidend. Man darf hoffen, dass die Menschen klug genug sind, diese wissenschaftlich unpräzise Vorgehensweise nicht auch auf die Impfwirkungen zu übertragen. Man könnte auch sagen, es wird gerade von normalen Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dass sie im Hinblick auf die Impfung wissenschaftlich präziser denken, als es offizielle Stellen seit einem Jahr im Kontext der Covid-Klassifizierung getan haben. Vor dem Hintergrund der mittlerweile sehr hohen Impfzahlen und davon ausgehend, dass die Todesfälle in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung standen, ist im Augenblick folgende Konklusio möglich. Wenn sich der Impfstoff als wirksam erweisen sollte, wären die genannten Risiken dabei guter medizinischer Begleitung kontrollierbar akzeptabel. Auch hier geht es um eine ordentliche Risikonutzen Abwägung. Hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen können aufgrund der verkürzten Beobachtungszeit von zwei Monaten noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch nicht sehr hoch, da, wie dargestellt, die meisten auch sogenannten Langzeitfolgen in den meisten Fällen innerhalb der ersten Tage, Wochen oder spätestens Monate auftreten. Ganz auszuschließen ist es zu diesem Zeitpunkt nicht, aber hier wird im Laufe der nächsten Monate Datenmaterial in großer Menge zur Verfügung stehen. Viele, viele Fakten werden sich hier noch verfestigen. So manche Frage aber bleibt trotzdem derzeit unbeantwortet. So zum Beispiel, wie groß und sicher ist der präventive Effekt bei schweren Verläufen? Wie effizient wird die Immunisierung der Hauptrisikogruppen, das heißt der hochbetagten Menschen, wirklich sein? Wie wir gesehen haben, reagiert das Immunsystem dem im Alter prinzipiell und somit auch bei Impfungen Träger und damit weniger effizient? Wird es hier genauso sein? Andererseits gilt es, Fälle zu klären, die Anlass zur Vermutung geben, der Impfstoff könnte für extrem vorerkrankte, hochbetagte Menschen zumindest in Einzelfällen doch zu belastend sein. wie lange wird der Schutz in Form von aktivierten T- und B-Lymphozyten mit entsprechender Antikörperproduktion anhalten? Werden Nachimpfungen notwendig werden? Und sind Nachimpfungen mit diesem speziellen Impfverfahren überhaupt möglich? Wie ist die Impfwirkung bei Frauen, die schwanger sind oder stillen? Und wie bei Kindern? Werden die geimpften Personen zwar durch die Impfung selbst vor einer Erkrankung geschützt, trotzdem Viren weitergeben können? Anders gefragt, bleiben Geimpfte weiterhin potenzielle Virusüberträger? Dieser Aspekt wurde nicht explizit untersucht und ist doch von herausragender Bedeutung für die Infektions Ausbreitung. Annahmen gehen hier davon aus, dass falls eine Virusübertragung weiterhin möglich sein sollte, dass diese dann aber dennoch wohl reduziert sein würde. Diese Hoffnung wird durch eine erste Erhebung in Israel vorsichtig optimistisch unterstützt. So konnte dort unter anderem in zwei Untersuchungen schon nach der ersten Impfung eine Infektionsreduktion um 30 beziehungsweise in einer zweiten Studie 60 Prozent erhoben werden. Also, das Datenmaterial erweitert sich täglich. Dennoch gibt es noch offene Fragen, die es dieses Jahr noch wissenschaftlich zu klären gilt. Angesichts der außergewöhnlichen Situation, in die uns die Corona-Pandemie wie auch die sich gegen sie richtenden Maßnahmen geführt haben, sind alle aufgefordert. Auch dann, wenn man viele Aspekte oder Maßnahmen, die mit der Handhabung der Pandemie einhergehen, kritisch betrachtet, trotzdem abzuwägen, ob die Impfung ein sinnvoller Teil einer Präventiv- Strategie sein kann. Leitend sollte die Frage sein, welches Risiko trägt ein Mensch, würde er erkranken und welches Risiko bringt eine Impfung nach aktueller Datenlage mit sich. Das heißt, wie sieht die je individuelle Risikoabwägung aus? Die nun folgende Konklusio ist meine persönliche. An der aktuellen Datenlage zwar orientiert und nach bestem Wissen und Gewissen formuliert, aber dennoch subjektiv. Nach jetziger Datenlage ist das Risiko, das mit der Impfung einhergeht, gering. Ein Nutzen ist klar gegeben. Wie groß er letztlich sein wird, muss noch abgewartet werden. Demgegenüber steigt das Covid-19-Risiko mit zunehmendem Lebensalter. ab dem 55. Lebensjahr signifikant, ab dem 80. Lebensjahr drastisch. Bei Kindern und Jugendlichen dagegen ist das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf extrem gering. Das heißt, im Augenblick sollten Kinder und Jugendliche auch keinem noch so geringen Impfrisiko ausgesetzt werden. Bei allen anderen gilt es die je individuellen körperlichen Aspekte, Alter, Risikofaktoren, aber auch den beruflichen Rahmen, den sozialen Kontext im engeren Sinne, das meint zum Beispiel das Zusammenleben mit betagten Eltern oder Großeltern oder vielen älteren Menschen im Freundeskreis und dem sozialen Kontext im weiteren Sinne, hier zum Beispiel, dass bei ausreichender Datenlage sinnvolle gesellschaftliche Bestreben eine auch durch die Impfung unterstützte Herdenimmunität zu erreichen und nicht zuletzt die eigene innere Verfasstheit, das heißt die eigenen Sorgen, Ängste und auch Bedürfnisse, all dies zu betrachten und für eine eigene Entscheidung zurate zu ziehen. Als altmodischer Anhänger der Aufklärung hoffe ich auf den mündigen Bürger, auf die mündige Bürgerin, die bestrebt sind, sich selbst gut und umfassend zu informieren und sich nicht lediglich belehren zu lassen. Ich hoffe auf Bürger, die sich immer auch als politische Subjekte verstehen und sich dabei ihrer Urteilskraft bedienen, so auch bei dieser Impffrage. Viele Jahre wissenschaftlicher Beschäftigung als Medizin und Neurowissenschaftler mit Stress, Psychotrauma, Depression und Schmerz, was meine Schwerpunkte waren, diese konfrontierten mich mit den Beschränkungen und inneren Abgründen, die den Menschen nun mal auszeichnen und ließen mich zugleich immer wieder erleben, wie viel Widerstandskraft, wenn es wirklich gefährlich wird, auch Realitätssinn und Resilienz, wir Menschen in uns tragen. Resilienz aber entsteht auf Dauer nicht durch eine aufgezwungene Uniformität, sondern durch gelebte Freiheit, durch Gestaltungsvielfalt und durch Eigenverantwortung. Katastrophale Zustände und Notlagen bilden Ausnahmen. Ich persönlich sehe uns in einer herausfordernden Krise, jedoch in keiner katastrophalen Notlage. Die Prämisse, ganz klar einhaltend, die Gesundheit anderer nicht zu gefährden, sollte es der individuellen Verantwortung unterstellt sein, den für sich und die je persönlichen Umstände passenden Umgang mit Risiken zu finden. Und zu diesem je passenden individuellen Umgang und der Risikoabwägung kann die hier dargestellte Impfung sehr wohl ein sinnvoller Beitrag sein. Das ist etwas anderes zu tun. Das ist